Und es geht direkt weiter mit Bioshock 1, ich wollte gerade schon infinite sagen, aber das kommt ja erst noch. Okay, warte mal einen Moment. Ja, ne doch, habe ich gemacht. Gerade nachgeschaut, ob ich den Ton angemacht habe. Er hat mein geiles Ding zerstört. Was ist los bei euch? Du lebst noch, ne? Ja, dich liebe ich. Okay, warte, was ist denn hier gerade? Ach so. Dann Feuer. Gehen wir mal hier runter. Weil du hässlich bist. Wir haben null Schrotmonie gefunden. Heißt, dass wir kriegen noch eine Schrotze. Krieg ich da? Tatsache. Heißt, halt mal jetzt die Fresse. Oh, so schön viel Mg-Monie. Geil. Alter. Oh, fast nur noch einmal, ne? König hoff. Kann das verschießen? Tatsächlich. Oh, Alter. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Jetzt habe ich mich gerade ohne Witz zu Tode erschrocken. Zu einem Missgeburt. Komm hier nicht hoch. Also, das ist nun. Und ich habe dich noch. Geh. wieder auf die pistole geil ich will keine ich will aber keine panzerbrechenden muni fahren was geht bei dir benutzen ich schaue dir jetzt ein was kommt raus wo kann ich das jetzt eigentlich nachgucken wenn mich das mal so interessieren sollte nein fg h h keine ahnung Prüster! Fuck off! Kann ich denn so Beine brechen, so wie ein Dead Island? Nö. Schade eigentlich. Was ist das? Sieht aus wie Öl hier. Okay, 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 hier ist da was. Mg. Das ist natürlich optimal. Medikit. Wo geht's hier lang? Ach so, da wo ich voll nicht hoch kam. Ja gut. Gehen wir mal hier rein. C, reinklettern. Abfackeln. Plush Meat by Industries. Ah! Fick dich, du kannst einfach mal gar nichts. Aua! Buhhh! Gatschewile! Ähm... Ja, ja. Ist ja unten jetzt auch wieder alles voll. Oder hier springt mir gleich wieder irgendein Wichser ins Gesicht. Benutze Maus ab, um die nächste... Hä? Habe ich doch. Weiß ich doch. Ah, Mädel. Ah. So bist du hier. Guck mal, ich habe doch jetzt... Könnte ich doch auch... Tatsache, ich bin begeistert. Frage ist mir, ob das gut war oder ob ich mehr Angst haben sollte. Komm ich zünden mal an. Ja, hau doch ab, ist mir doch egal. Tut weh, seine Tür, ne? Hm, kann ich mir vorstellen. Dolle Arzt. Eve habe ich voll. Wie nehme ich denn Eve? G. Wenn ich so mache... Ne. V. V. R. R. 0451. Das hast du mir jetzt schon mehrmals erzählt. Habe ich die... Äh, scheiße vergessen. 0451. Hat funktioniert. Optimal. Halt mal jetzt die Fresse! Wieso labert... Was liegt da denn? Haben die da eine Weiche reingestopft, diese Idioten? Entschuldig. Alter! Hoah! Ich kann auch schießen. Wie asozial das war. Das war eigentlich voll nicht gruselig. Er schreckt mich trotzdem mega. Ah, geil. Oh, ich dachte gerade das Bild... Lol, wir hätten das aufgemacht. LOL! Arschloch. Hallo? Was geht bei dir? Was hat mir Didi geschrieben? Nice. Super geil. Was geht? Was geht? Ich sehe es und ich finde es nicht lustig. Alter. 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 Wo ist der? Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. WTF? Ach du Schaue. Oh mein Gott. Alter. Wie bist du denn da reingekommen? Ach ne, hier lang. Hä? Alter. Sau unangenehm gerade. Boah. Ja, Medikids, drei Stück gleich. Nur kurz die Schreimen. Warte mal. Zigaretts. Rauchen ist tödlich, raucht nicht. Gehen wir mal hier lang. Alter. Alter. Achter. Big Daddy. Big Daddy. Alter. Fickt euch. Fickt euch. Ohne. Hey, das ist ja mal mega hässlich. Was ist das denn für ein verrückter? Da brauche ich nix von. Da brauche ich nix von. Okay. Okay. Heißt wohl, da kommen wir nicht weiter. Was? Können wir hier lang? Hallo? Nein. Ah, ich höre doch schon. Ah, nix kannst du. Wer schießt denn noch? Ist das mein Geschütz hier? Oh, tatsächlich. Geh doch mal verrecken! Alter. Hat mich einfach beinahe getötet. Gut, dass ich Englisch kann. Die Kiste hat... Ach, ich looted. So, wo muss ich denn lang? Clown? Äh, ich mich da rausholen, bitte. Danke. Kann ich... Das war's schon? Ich dachte, ich kann die Karte noch wenigstens bewegen. Ah, ich weiß, wo ich hin kann. Ganz am Anfang. Wo, ähm... Ja. Wo unten auch war. Da war was, äh, eisig. Und da hatten wir ja das Feuer noch nicht. Und da können wir jetzt hingehen. Los, auf den Weg. Ah, nee, warte. Da mussten wir hier lang. Scheiße, stimmt. Da kommen wir ja also nicht hin. Können wir... Können wir hier nicht irgendwas machen? Irgendwas mit Sicherheit, blabla. Da ist so eine, so eine, äh, Kapsel. Die uns auch hergebracht hat. Aber geil, jetzt hängt die Kante fest. Sieh, äh... Störung hier. Musst du kürtieren, Digger. Okay, warte mal. Warte, warte, warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, ein bisschen was grün, das Wasser. Da waren wir. Ah, vielleicht können wir da lang. Können wir? Können wir nicht. Hä, warte mal. Richtig blöd. Ah, ja. Vielleicht gehen wir auch einfach hier lang. Vielleicht bänden wir hier auch den Part erstmal. Tschüss.